Alter, war das ne Furie! Piss dich! Ja, ein Fail! Fertig! Fertig! Ja, ich hab mein Bildschirm vollgesammelt und ich bin stolz drauf! Okay, abspeichern! Au! Okay, jetzt kann ich ein bisschen besser durchstürmen! Von oben! Hahaha! 17! Und... Ja, das ist jetzt die andere Hälfte von 3,18! Ja, irgendwelche komischen Flecken da an der Decke! Dieses komische Ding, dieses kleine Häuschen, wo bei der neuesten Version noch ein Radio drauf ist, fehlt auch! Kami Karte! Knack! Du hältst mal dein Maul, du Schwein! Du auch, du auch, du auch! Oh! Oh cool, ein Würfel! Ja! Sein Maul! Oh! Ja! Mir passiert immer so etwas! Was? So! Den Spaß nicht mehr schnapp ich mir jetzt auch! Tja, ein Schnitt von dem ihr nichts merkt! Okay! Jetzt ist wieder da! Ich glaube, das... Ja! Auch nicht schlecht! Okay, ich kann einen Bogen-Portal schießen! Oh nein, der hat mich nicht mehr so gesehen! Oh nein, der hat mich nicht mehr so gesehen! Oh, das macht er sich zu geil auf! Hoppla! Warte mal, wo liegt das? Teking, Teking! Schweine! Ha! Ich töte euch mit euren eigenen Waffen! Naja, nicht mit euren eigenen Waffen, sondern mit euren Fleichen! Hahaha! Und im normalen Portal würde ich da für einen Erfolg bekommen! Ja, als Maul! Was? Kannst du mich sehen? Spaß! Oh, ich kann jetzt einfach so auf ihn drauf springen! Boing! Tot! Gut! Kann ich bis dahin springen? Nein, kann ich nicht! Was? Oh, das war die Plattform! Einmal mal die von der normalen Testkammer 18 Version und einmal die von der Testkammer 18 und einmal die von der Testkammer 18 in Fortgeschrittene Version. Uhuhu! Ich bin so ein Pro! Ja, das könnt ihr nicht! Lebt! Doch ein bisschen länger, Mann! Fick dich! Naja, wir sehen uns, wenn ich die meisten von denen gequillt habe. Ja, und ich habe sie fast alle getötet. Gut. Ich weiß nicht so ganz genau, wo genau er steht. Ja. Wie mache ich das denn? Ja, ich gehe am besten nochmal wieder dahin zurück. Ja. Schön knack gemacht. Gut, ich habe nicht überlebt. Ich muss sagen, ich bin so gut. Ja. Steck dir dein Surge sonst wo hin. Nein. Nein. Fick dich. Ich das hasse. Komm, ich komme gerade. So. Speichern. So. Auf deinem Gesicht. Okay. Okay. Jetzt fliege ich einfach mal da hoch. Kuchen, 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 Kuchen. Zum 18, Kuchen. Ja. Ich hoffe mal, dass ihr die Musik gehört habt. Ansonsten werde ich sie nochmal irgendwie reinschneiden. Ja, Companion Queue. Wir haben dich nicht verbrannt. Vielfals nicht in diesem Spiel. Los, los, Bolzen. Was nun? Hast du es abgestürzt? Hallo? Spiel. Spiel.